Mit diesen 9 Tipps ersticken Sie die Erkältung im Keim. Wenn die Erkältung da ist, dauert sie rund eine Woche. Wer rechtzeitig handelt, kann dem Schnupfen den Garaus machen. Alljährlich beginnt im Herbst die Erkältungssaison. 2-4 Mal im Jahr leidet der Durchschnittsösterreicher an der Verkühlung, Kinder sogar noch öfter. Dabei ist der Name der Erkrankung irreführend. Nicht die Kälte, sondern ein Virus ist die Wurzel des Übels. Gerät das Rohinne-Virus in die oberen Atemwege, Hals und Nase. Geht das Immunsystem dagegen vor? Das Ergebnis sind die typischen Symptome, die wieder vergehen, wenn das Immunsystem mit dem für Erwachsene harmlosen Virus fertig geworden ist. Da die Rohinne-Viren unglaublich vielfältig sind und sich rasch verändern, mutieren, ist es unwahrscheinlich, dass es je eine Impfung oder Tablette gegen das Common Cold geben wird. Mit einem Wort, der eigene Körper beschert uns die Beschwerden. Antibiotika helfen hier genauso wenig wie die meisten Hausmittel. Was jedoch möglich ist, ist die Dauer der Erkältung zu verkürzen und die Symptome zu lindern. Wichtig ist jedoch schnelles Handeln, in den ersten Stunden der Verkühlung angewandt, können diese 9 Tipps die Symptome verkürzen. Lesen Sie mehr zum Thema, Zink hilft gegen die Erkältung Erkältungsratgeber.